Die haben einfach Magnus sterben lassen. Also halt. Magnus ist tot. Okay. Heute geht's weiter. Neuer Tag, neues Glück. Geht's ihm gut? Ja. Alles okay? Kein Problem. Ja. Das Ding ist halt einfach... Da ist der Common Block. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Yes, Petra. Warte, seit wann ist die wieder da? Ja, lol. Nein, das heißt, das heißt aber. Nein, es ist nein. Ach, come on. Ich glaube, unsere Idee war nicht ganz ausgereift. Es sieht immer noch aus, als wären da zehn Shader auf seine Zähne gepackt. No, warum? Warum tut ihr das? Das Game hätte doch jetzt so schön enden können. Okay, ähm, das ist jetzt problematisch. Die sieht ziemlich tot aus. Und da endet die Folge. Bitte, bitte, ähm, bitte, bitte was? Lol, ich hätte einfach, ach komm, die zwei Minuten hätte ich noch an die letzte Folge dranhängen können. Next time on Minecraft Story Mode. Faced with a devastating defeat. Oh no. Our heroes will have to search deep within themselves. In order to rise above tragedy. Nein. Oh, ich finde das immer doof, wenn das so gespoilert wird. Ja, keine Ahnung, was wir da jetzt machen können. Du und 37, okay. 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 Oh, das war knapp mit der Rüstung. Ähm, ich wusste nicht, dass es an der Stelle vorbei ist, sonst hätte ich das noch an die letzte Folge gehängt. Äh, sorry. Die Credits kommen wir uns ganz zum Schluss an. Zwischen Block und Amboss. Gerade Episode 4, das ist das noch... Wie viele gibt's denn insgesamt? Ich mach mir langsam Sorgen. Nachher so 100.000. Jo, Leute. Herzlich willkommen zum 178. Part. Ah, ihr kriegt nochmal ne Zusammenfassung, cool. Ich will sowas haben im echten Minecraft. Ich baue mir das. Und eine Weise, um die Wither-Storm zu stoppen, für gut zu stoppen. Aber sogar gut gelegt Pläne können sich aufwärts. Die Strongen können sich weich werden. Gabriel überlebt das. Und die liebte Heroin können fallen. Magnus. Das ist der größte Betrug der Welt. Ich hab dem ne Vermietung-Bombe zugeworfen. Und er ist nicht tot. Schon ein bisschen unfair. Ich mein ja bloß. Ja, das frag ich mich auch. Hier. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, lauf. Also. Oh, ist das laut. Lauf, 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 lauf. Nicht ein End. Ja. Ihr könnt gerne aufgesogen werden. Bist du verrückt? Ja klar, er ist ein Freund der Endermen. Er will sie natürlich beschützen. Portal. Ja, die Pferde. Nimm die Pferde. Nimm die Pferde. Das ist eine gute Idee. Nimm die Pferde. Also, die hätte ich jetzt auch genommen. Mann, warum lebt denn der schon wieder? Jetzt hatte ich für fünf Sekunden Hoffnung. Wir wären durch. Wobei, wäre halt sehr kurzes Dreck gewesen. Ich nehm Petra. Okay, fühle ich. Das sind drei Witherstorms? Bitte, was? Ja, wir sind tot. Der hat sich gespalten. Jetzt sind es drei. Ich habe gedrückt. Achso, ich muss steuern. Okay, ich fühle. Es stand einfach nur B. Ich habe es gedrückt. Hat nicht funktioniert. Da dachte ich mir, okay, probier es das nochmal. Dann habe ich gemerkt, dass man rumlaufen kann. Tschüss, Zombay. Okay, let's go. Leider bist du wach. Ey, das sind drei Stück mit jeweils drei. Ne, 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 ne. Oh, X. Oh, das war knapp. X. Oh, no. Soren? Oh, okay. Das heißt, jetzt würde er genau da rein reiten. Mein Gott. Hallo. Ist doch jetzt gut, man. Was muss ich drücken? X. Mein Gott. Das Pferd hat aber auch Reaktionszeit. Von was weiß ich was? Zu einem Lamborghini. We need to ride over that. Ridge. Oh, no. See, look out. Enderman sind die Lösung, dieses Ding zu besiegen. Endermans for the world. Leute, Endermans. Endermans for the world in die Kommentare. Hashtag Endermans for the world. Das ist Sand. Das sollte eigentlich runterfallen. Das macht keinen Sinn. Ich meine ja bloß. Let's go. Ist doch egal. Wir müssen uns freuen. Woo. So muss das, Leute. Ich habe aber immer noch ein richtig ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich weiß ja nicht, was da jetzt rauskommen soll. Aber, ähm. Ich glaube, wir werden alle sterben. Ja, aber da kann man das nicht irgendwie heilen. Sie hat auch so rote Augen. Woher das wohl kommt? Hey, how are you feeling? Don't really feel like myself. I still can't believe you're even alive. Do you not recognize us? I'm Axel. This is Olivia. They're with us, Tom. Nicht dein Ernst. So, she doesn't remember anything? Ja, genau. Who can forget me? Jesse, this is awful. You, Jesse. You're the one who rescued me. Tell me, please. What is going on? Wir werden alle sterben. Und dann, du warst da. Du warst in the Witherstorm for a long time, Petra. Really? I can't remember any of it. Okay. All I know is, I was so scared in there. I thought for sure I was dying. Well, you didn't. You made it back alive. Ja, das ist ja gut so. Also find ich jetzt. Oh man. Magnus. For a second there, I almost forgot. Können wir bitte aufhören, über Magnus zu reden. Magnus, yeah. Oh, Magnus. Couldn't believe it, Ben. Still can't believe it. How? How could this have happened? Lou's not just a friend. But a member of the order of the stone. He knew the risks. And still, he let me take his armor. He was so brave. He was also incredibly stupid. But still. Aber er war brave. Er war mutig. Ich sag's euch. Indeed. Ach ja. Being emotional is getting us nowhere. What I want to know is, what happened out there today? Why is that thing still alive? Das frage ich mich auch. Trotz der Vermittobomb. You were the one in the middle of everything. What went wrong? The Vermittobomb just wasn't strong enough. I mean, it ripped the Witherstorm apart, but it didn't make a debt in the Command-Block. So the Command-Block is still out there? Of course it is. Oh, great. And now, to make matters worse, we've gone from one Witherstorm... So viel ich weiß, kann man im Survival-Modus nicht mal den Command-Block bekommen und nicht mal zerstören. Ich frage mich, wie dieses Ding überhaupt existieren kann. Why didn't I destroy that? Wir brauchen einen neuen Plan. Look, our Plan didn't work, so we obviously need a new one. The question is, what do we do? Ich habe keine Ahnung, woher denn auch? Ja, das wäre eine gute Idee. Is he always like this? You have no idea. That jacket, it looks familiar. Lucas always wears that jacket. No, I saw other people wearing it when I was being thrown from that monster. Ah, even thinking about it hurts. Hey, hey, it's okay. If what Petra said is true, I mean, do you think? I thought for sure they were gone, but... Lucas, your friends will be out there. Ja, klar. You spin me right round, baby, right... Okay, ich, ähm... Unpassender Moment, ich weiß. Ähm... Wo ist, wo ist, wo ist er? Axel, da. Was? Gabriels Gruppe. Jesse, hello. Just make the rounds. Ich frage nicht, ob es dir besser geht, der sieht furchtbar aus. I feel even worse than I look. You need to rest. You're right, I do. Ja, du brauchst ein bisschen Pause. Jesse, wherever you decide to go after this cave, give him some time to get his strength back. Problem is, we don't have time. Jesse is right. Auf keinen Fall. Nicht noch einer. Wir nehmen dich mit. Ja, du verdienst eine Pause. Aber... Es ist nicht zu lang Pause, also... Also... Ich habe dein Bestes getan. You don't have time to sleep. Never happened back then, you cannot blame yourself for it. Things were... Komplicated in Jesse. But I appreciate you saying that. All this talk of the past has me exhausted. You need to rest. Ja. Will he be okay? I honestly... Don't know. Just get back out there... And kick some butt... For the both of us. Der würde es schon überleben. Also ich hoffe es. Wissen tue ich nicht. Aber der sieht halt so weak aus. Also wirklich so komplett tot. Wir gucken mal auch in die Tour rein. Was gibt es denn hier? Wer weiß. Lieber zu viel mitnehmen, als zu wenig. Ich glaube nicht, dass Petra irgendwie... Naja, wir reden trotzdem mal mit ihr. Y, drücke ich doch. Ja, das ist nicht so gut. Ja. Ja gut, also... Ja, genau. Ja, 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 ja. Wir sind die Toten Ja Genau Ja 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 Man muss ja schon die Wahrheit sagen, ja, also ich meine ja bloß Ja gut, also Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich für den entschieden habe Ähm, dazu müsste ich die Folge nochmal gucken, wie aber schon ein Monat oder zwei her ist, als ich sie aufgenommen habe Sehr gut Sehr schön Ja Wir haben gesagt, wir reden mit Ruben das nächste Mal Jetzt reden wir mit Ruben What's going on, man Pick Das ist true, gehen wir mal hier lang Das sind Horses Ja, aber wir reden mit Lucas Ich glaube es ist besser mal mit dem zu reden, weil der will ja schließlich seine Freunde retten Ja Ja Ist doch auch gut so Aber sie brauchen dich, komm Wir sind deine Freunde, dem musst du helfen Man, das ist die ganze Zeit so ein, das sind die ganze Zeit so richtig weird Momente, so Wenn er das möchte, möchte er das Gut Wir werden dich vermissen, Lucas Auf Wiedersehen Oh, da ist Soren Wie geht's? Dann lauf halt nicht zu Soren, auch kein Problem Petra Warum können wir uns diese Pferde an? Ich guck mir nicht die Pferde an Ruben Bitte was? Da geht's hoch da hinten Das Ding ist langsam größer als Die ganze Welt Ich weiß es nicht Er ist so schlimm Petra ist nicht sie selbst Ja Aber das wird wieder Bin ich Bin ich Zu 50% sicher Die Welt braucht uns Nein Ich hab's also Wir ellas en Zwei zu Wir Egal Zwei 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 Ist das nicht Eivor? Ja, dann sag doch. Was willst du? Ich höre mir das erstmal an, außer die Welt zu vernichten. Ach was. Ja. Ja gut, aber das ist ja nicht mein Problem. Also doch, es ist schon mein Problem, aber es ist nicht mein Problem. Enderman for the power. Ich sag's doch. Wir haben gesehen, wie sie ihn auseinandergerissen haben. Genau. Geht es überhaupt? Ich weiß es ja nicht. Ich denke, es könnte sein. Wir brauchen einfach einen großen Grupp von ihnen in die Flüge der Flüge. In der Fall, es gibt wahrscheinlich mehr als genug von ihnen noch in meinem Fortress. Ein unbefassungsvolles Effekt von dir, die Ende des Flüge. Das ist wie die alten Tage, Soren. Du und deine verrückte Idee ist... Hush, ich habe vor allem. Oh Gott. Die Frage ist, wie die Flüge und die Endermen zusammenbringen? Endermen sind nicht Pets. Sie folgen nicht die Ordnung. Sie werden den Amulett folgen. Und wenn wir das Amulett in die Festung bringen, geht das Ding zu der Festung. Und dann ist Down. Ja, das ist es. Wir werden sie direkt in eine massive Trap. Wenn wir die Endermen nicht bringen, bringen wir die Endermen zu den Endermen. Nur ein Problem. Du hast vergessen, dass du den Kommandblock vergessen hast. Ach, ja. Es ist klar, dass keine Wehung zu zerstören kann. Es ist nicht sogar ein Vermittabon. Eigentlich, ich... ...möglich habe ich eine Lösung zu haben. Du siehst, wenn ich erst die Kommandblock genommen habe... ...und das hast du geheim gehalten. Ich bin ein... ...und wie kannst du das Gerät halten? Oh, believe Sie, ich. Schweren Sie ist einfach. Also habe ich etwas gemacht. Ein Buch enthöhnt. 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 Wo genau das Secret Labor ist und wie wir dorthin kommen, sehen wir bestimmt in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. War eine ganz coole Folge, eigentlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Ciao.